Ich begrüße jetzt Dr. Ingo Schäfer, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und er ist Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Psychotraumatologie und Leiter der Traumaambulanz am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Hallo, herzlich willkommen bei Fit & Gesund. Sie betreuen ja auch einige Flüchtlinge in Ihrer Traumaambulanz. Wie groß ist denn eigentlich die Chance, dass traumatisierte Flüchtlinge tatsächlich geholfen werden kann durch eine Therapie? Das kommt natürlich immer sehr auf die Konstellation an, auf die individuelle. Was wir sicher sagen können, ist, dass wir gute, wirksame Therapien haben, die auch bei Flüchtlingen mit großem Erfolg eingesetzt werden können. Ist das eigentlich sprachlich ein Problem? Also wenn sie nicht Deutsch sprechen, können sie nicht in Deutsch therapieren. Wenn die jetzt Englisch sprechen, was nicht ihre eigene Muttersprache ist, funktioniert die Therapie aber genauso? Das kann ganz gut funktionieren, aber es gibt natürlich eine weit größere Gruppe von Leuten, wo wir auch auf Dolmetscher zurückgreifen müssen, was dann schon ein bisschen technische Probleme mit sich bringen kann, aber meistens auch sehr gut funktioniert. Wie man therapiert, da sprechen wir später nochmal drüber. Aber erstmal die Frage, wenn man so ein Trauma hat, bleiben da lebenslang immer Spuren oder kann man mit einer Therapie das tatsächlich für immer beseitigen? Das ist eine Frage, die natürlich auch viele Betroffene immer stellen. Und was man sagen kann ist, natürlich wird es ein Teil der Biografie bleiben, man kann es nicht ungeschehen machen. Aber was wir mit Therapien versuchen können, und das klappt auch in vielen Fällen, ist die Folgen im Alltag lindern, die Belastung im Alltag senken und in manchen Fällen auch auflösen. Die Folgen im Alltag haben ja sehr, sehr viel damit zu tun, wie ein Gehirn funktioniert, wie ich mich und meine Umwelt wahrnehme. Traumaopfer nehmen die Umwelt und sich anders wahr, oder? Was bei vielen Leuten tatsächlich eine Rolle spielt, erstmal in Bezug auf sich selbst, sind Schuldgefühle, sind Schamgefühle, sich beschmutzt fühlen, bis hin zu dem Gefühl, nicht mehr Teil der menschlichen Gesellschaft zu sein. Und zugleich ein häufig anhaltendes Bedrohungsgefühl, Probleme verständlicherweise im Kontakt mit anderen Menschen. Und zusammengenommen trägt das natürlich dann auch zu sozialem Rückzug bei und kann den Alltag massiv ersparen. Das ist also richtig eine Krankheit. Man kann das ganz normale Leben nicht mehr leben. Esteban Malvero, einer unserer Zuschauer, möchte wissen, ist man tatsächlich richtig krank, wenn man Trauma hat? Und wird da immer so eine psychische Erkrankung eigentlich draus? Also man muss wirklich trennen zwischen dem Begriff, der das Ereignis beschreibt, was dann häufig eben als Trauma bezeichnet wird, was es eigentlich aber auch gar nicht sein muss. Man müsste eigentlich sagen, ein potenziell traumatisches Erlebnis und den Folgen. Und die treten nicht in jedem Fall auf. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die ist widerstandsfähig, resilient kann man auch sagen. Aber es gibt natürlich auch eine Gruppe von Menschen, die dann unterschiedliche Folgen entwickeln kann. Dazu gehört die posttraumatische Belastungsstörung, aber auch ein ganzes Spektrum weiterer Folgen, Depressionen, Ängste, Suchterkrankungen im Sinne von einer Bewältigungsstrategie. Man muss also genau schauen. Man kann es nicht pauschal sagen. Was passiert denn im Gehirn, wenn es zu einer Traumatisierung kommt? Wenn man nicht die Resilienz hat, wieder aufzuspringen? Das ist am besten verstanden, gerade in Bezug auf die posttraumatische Belastungsstörung, dass unser Gehirn unter Extremstress, in Todesangst einfach anders funktioniert. Die Abspeicherung könnte man sagen anders funktioniert. Und dadurch Erinnerungen auch nicht wie normale Erinnerungen abgelegt werden. So eine Qualität bekommen von dort und damals, sondern eine viel lebhaftere Hier-und-Jetzt-Qualität behalten. Und sich, und das ist eben nochmal entscheidend, auch ohne dass man es möchte, ins Bewusstsein drängen. Und es muss nicht immer Krieg und Folter sein? Es können auch kleinere Auslöser sein, oder? Kleiner, größer. Also diese Störung bezieht sich tatsächlich auf Erlebnisse, die mit einer Bedrohung der körperlichen Unversehrtheit zu tun haben. Das kann natürlich auch ein Unfall sein, das kann sexuelle Gewalt im zivilen Bereich sein. Dann entsteht diese Störung. Ja, Dr. Schäfer, mit EMDR, mit so Augenbewegungen, Trauma zu bearbeiten, vielleicht sogar zu heilen. Wie sind denn Ihre persönlichen Erfahrungen damit? Ich habe damit persönlich auch Erfahrungen, auch gute Erfahrungen. Es ist eine der zwei, muss man sagen, Methoden, die durch viele Studien in ihrer Wirksamkeit gut belegt sind. Die andere wäre die sogenannte kognitive Verhaltenstherapie. Beide sind da gleichauf. Also weder das eine noch das andere, kann man sagen, ist wirksamer. Und sie werden in Leitlinien empfohlen und auch von der Krankenkasse bezahlt. Und heilen Sie auf Dauer oder helfen Sie auf Dauer oder verschwindet der Effekt irgendwann über die Zeit? Wenn man einen guten Effekt erzielt, dann ist der häufig auch dauerhaft. Es gibt Meta-Analysen, die zeigen, dass so 60 bis 70 Prozent der Menschen, die eine Therapie beenden, auch mehr oder weniger dauerhaft dadurch geheilt sind. Das kann man schon sagen. Die andere Therapie, sagtens, ist die kognitive Verhaltenstherapie. Da wird dann nichts mit Augenbewegungen gemacht. Das ist eine Art Gesprächstherapie? Da findet auf eine andere Art die sogenannte Trauma-Exposition statt. Es geht ja darum, mit dem traumatischen Ereignis nochmal in Kontakt zu kommen, aber es in einer schützenden, haltenden, therapeutischen Beziehung dann anders verarbeiten zu können. Und das macht die kognitive Verhaltenstherapie auf eine andere Art und Weise. Aber es geht auch da im Kern um das Wiedererleben und Verarbeiten. Wenn wir über Therapien nachdenken, dann denken wir Ärzte ja ganz, ganz häufig an Tabletten und Spritzen, die man machen kann. Jan Glu aus Vietnam möchte wissen, gibt es denn eigentlich Tabletten gegen Trauma? Es gibt nicht so sehr ermutigende Ergebnisse mit vielen Präparaten. Man kann unterstützend auch Medikamente einsetzen, zum Beispiel bestimmte Antidepressiva. Aber um die posttraumatische Belastungsstörung im Kern zu behandeln, geht es ganz klar um Psychotherapie. Muss denn jeder Patient mit einem traumatischen Erlebnis zur Psychotherapie gehen? Vielleicht sogar auch prophylaktisch, noch ehe man gemerkt hat, dass man selber traumatisiert ist? Nein, das ist sicher nicht so. Nach akuten Erlebnissen sollte man zunächst den eigenen Selbstheilungskräften eine Chance geben. Da geht es erstmal darum, eine gute eigene Verarbeitung zu fördern. Aber dann sollte man, wenn über einige Wochen Beschwerden wirklich anhalten oder sich sogar verschlechtern, auch eine Therapie aufsuchen. Jetzt sagen viele meiner Patienten, die Angehörige haben, die traumatisiert sind, sagen, ich möchte ihn eigentlich gar nicht mit dem drüber sprechen, weil ich Sorge habe, dass mit dem drüber sprechen, ich bei dem was aufreiße. Ist denn für den traumatisierten Menschen es wichtig, drüber zu reden, egal mit wem, also auch mit den Angehörigen? Das ist ein wichtiges Thema, gerade wie auch bei anderen psychischen Erkrankungen, da zu einem guten wechselseitigen Verständnis erstmal beizutragen, dass betroffene Angehörige mit der Situation besser umgehen können. Und dann, je nachdem, wie es für den Betroffenen auch gut ist, darüber reden oder eben auch nicht, muss man in jedem Fall schauen und die Leute darin bekräftigen, das richtig zu versuchen. Und wann muss man jetzt professionelle Hilfe suchen? Wann reicht es nicht mehr aus, mit den Angehörigen zu reden? Wann geht es ab zum Arzt? Man kann es schon nach belastenden Erfahrungen am Anfang machen, wenn man stark verunsichert ist. Und wenn es nur ist, um einen Ansprechpartner zu haben, um zu wissen, an wen man sich wenden kann, in jedem Fall würde ich es empfehlen, wenn über einige Wochen deutlichere Beschwerden fortbestehen, sich dann an einen Therapeut auch zu wenden. Ja, und an wen wendet man sich? Ist es tatsächlich gleich ein Therapeut, wo man hingeht? Oder der Hausarzt oder Beratungsstellen? Alle Möglichkeiten, die Sie genannt haben, kommen in Frage. Beratungsstellen sind immer eine gute erste Anlaufstelle. Man kann auch im Internet Lokaladressen finden. Es gibt eine gute Website, zum Beispiel von der Deutsch-Bahn-Gesellschaft für Psychotraumatologie, wo man auch eine Therapeutendatenbank findet. Da kann man seine Postleitzahl eingeben. Und sonst zum Hausarzt. Und sonst zum Hausarzt. Herr Dr. Schäfer, danke, dass Sie heute bei uns waren. Sehr gerne.